Einverstanden? Ihr seid verletzt. Das wäre kein Zweikampf. Das wäre ein würdeloses Gemetzel. Ich will einen richtigen Gegner. Wie war doch gleich euer Name? Mein Name? Egmund. Nun denn, mein guter Egmund, ihr hattet die Idee. Dann sollt ihr auch mein Gegner sein. Ritter, seid ihr damit einverstanden? Bildet einen Kreis! Ich mein, ich hab gedacht, er ist der König. Er ist der König. Was für ein Mensch. Egmund ergriff aus den 25 Fenzen gegen Rheinland. Als ihr erfahren habt, welcher schon unzählige Gegner bezogen. Das hat viel zu tun, dass das Glück nicht im Kaltenberg bringen. Ich muss mich jetzt in Seewalds Kopf trinken. Es ist nun an euch, Börder Kaltenbergs, jubelt für euren treuen Egmund! Ja! Du darfst diesen Jubel sein! Ich kann euch nicht hören! Jubel, ich will einen Jubel hören! Das König Raimunds Buchbauern hat zittern! Ja! Fieal!